Da muss man differenzieren zwischen den Varianten des Studiengangs, die für das Lehramt qualifizieren. Wir haben im BA Germanistik an der Universität Bielefeld Varianten zum Beispiel fürs gymnasiale Lehramt, auch für Gesamtschule, für GHR, wie man das nennt, die qualifizieren direkt für das Lehramt und zwar für die spezifischen Lehrämter. Das heißt aber auch, man muss den Master of Education danach machen. Also macht den Bachelor und dann den Master of Education. Das ist ein klar definiertes Berufsfeld, Lehramt. Andere Berufsfelder sind weniger spezifisch angesteuert durch den Studiengang. Also man denkt zu Recht daran, naja, viele Germanisten könnten ja Journalisten werden. So, wir machen aber keine Journalistenausbildung, sondern wir machen eine fachwissenschaftliche Ausbildung, die dann für den journalistischen Beruf fruchtbar werden kann. Das andere muss man sich zum Beispiel bei einer Zeitung oder beim Rundfunk aneignen. Das ist also ein anderer Feld, sagen wir Journalismus, Medien überhaupt, dann Verlag, ist ein klassischer Arbeitsbereich, auch von Germanisten. Allerdings, dieser Bereich schrumpft. Die Verlage stellen einfach immer weniger Lektoren an und Leute, die da germanistisch arbeiten. Aber es gibt dieses Berufsfeld immer noch. Es gibt aber auch Germanisten in Unternehmen, in Öffentlichkeitsabteilungen und so weiter und so fort. Und was die Kernkompetenz von Germanisten zu sein scheint, ist, dass sie, salopp formuliert, über alles Mögliche halbwegs kompetent reden können und sich vieles aneignen können. Denn das Germanistikstudium ist ein sehr breites Studium. Man muss viele Aspekte, zum Beispiel von Gesellschaft, Soziologie oder bis hin zu Theologie und so weiter und so fort, das eignet man sich nebenbei mit an. Und das sind dann Dinge, die man wiederum einbringen kann in ganz unterschiedliche Berufsbereiche. Also summa summarum, wir bilden da nicht sehr spezifisch aus, aber wir bilden so aus, dass Germanisten in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Bereichen offenbar gut arbeiten können. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020